Wie ist die Textinterpretation von einem epischen Text? Hallo zu einem neuen Video von Matura Express. Ich bin die Liora vom Deutsch Team und wir beschäftigen uns heute mit der Textinterpretation von einem epischen Text. So, wir hinter mir sechs, wir beschäftigen uns heute mit der Textinterpretation von epischen Texten. Und das haben wir aufgeteilt in drei Videos, weil das doch für sehr viele Schülerinnen und Schüler ein sehr schwieriges Thema ist, wo man sich viel dazu anschauen muss, viel dafür lernen muss, möglicherweise. Und deswegen ist das aufgeteilt. Das heißt, heute im ersten Video schauen wir uns einmal an, welche Fachbegriffe es also gibt bei der Textinterpretation von epischen Texten. Welche Begriffe muss man kennen, mit denen muss man einfach ein bisschen vertraut sein, dass man dann wirklich zügig und gut arbeiten kann. Das machen wir heute einmal und dann gibt es ganz zum Schluss nochmal einen Ausblick und dann sage ich Ihnen, was wir in den nächsten Videos die Woche drauf dann machen. Gut, also als allererstes, wie schreibt man denn eine Textinterpretation? Also, es ist sehr wichtig, dass man da auch so grundsätzliche Dinge beachtet, nämlich dass das im Präsens geschrieben wird. Und wenn man etwas aus der Vergangenheit berichtet, das was schon vor diesem Zeitpunkt passiert ist, dann schreibt man ihn perfekt. Das Ganze sollte auf jeden Fall nicht wertend sein. Das ist ganz wichtig, dass man zwar interpretiert und da gehört auch ein bisschen eine eigene Meinung natürlich dazu, aber das Ganze darf nicht wertend passieren. Das heißt, es soll einfach insgesamt sachlich sein. Die Ich-Form verwendet man bei so einem Text nicht und es ist auch total wichtig, dass man ganz fokussiert schreibt, also dass man bei diesem Thema, beim Ausgangstext bleibt und sich nicht ablenken lässt oder irgendwie weit jetzt ausschweift oder so, sondern wirklich zu diesem Thema und Text schreibt. Und wie bei allen Texten eigentlich ist es ganz wichtig, dass man Struktur einhaltet und eben, dass man bestimmtes Fachvokabular verwendet. Und das Video heute dreht sich wirklich einmal nur um dieses Fachvokabular, wie ihr das genau dann einsetzt, also in welchem Zusammenhang. Das kommt dann im nächsten Video. Es soll wirklich nur einmal darum gehen, um so ganz grundsätzliche Begriffe zu klären oder vielleicht einfach einmal zu wiederholen. Oft hat man das ja schon früher im Unterricht einmal gelernt, damit ihr dann, wenn ihr das gut einordnen könnt, dann wirklich wisst, was ihr da machen müsst, wenn das dann im nächsten Video angesprochen wird. Genau. Also, wir gehen jetzt am besten einfach einmal alle Aspekte der Textinterpretation durch und immer, wenn bei so einem Aspekt irgendwas vielleicht ein bisschen komplizierter ist oder schwieriger verständlich, nachher besprechen wir das. Und beim Inhalt wäre das jetzt zum Beispiel, dass man die Figurenkonstellation in diesem epischen Text bespricht. Und das ist etwas, das muss man sich angeschaut haben oder gelernt haben, dass man das machen kann. So ist eben auch mit diesen Begriffen, die da auf der Folie sind. Der Protagonist, das ist die Hauptrolle in einem Text. Das ist vielen wahrscheinlich auch bekannt, dass das der Protagonist ist. Das soll das einfach ein bisschen in Erinnerung rufen. Dann gibt es den Deuteragonist. Das ist die erste Nebenrolle sozusagen, also die zweite Hauptrolle könnte man sagen. Und diese Person klärt ganz häufig über die Gedanken des Protagonisten auf. Zum Beispiel, wenn wir uns Harry Potter anschauen, wäre der Protagonist eben Harry Potter selber. Und die Deuteragonisten wären Hermine und Ron. Drittagonisten, das wäre dann sozusagen die zweite Nebenrolle oder die dritte Hauptrolle. Aber das ist bei der Interpretation eigentlich jetzt nicht relevant. Und der Antagonist, das ist der Gegenspieler des Protagonisten. Das wäre dann, wenn wir beim Beispiel Harry Potter bleiben, wäre das Voldemort. Und das muss aber nicht bedeuten, dass der Antagonist zwingend böse ist. Also das muss jetzt keine böse Figur sein in dem epischen Text, sondern es ist einfach nur ein Gegenspieler. Und genau, es muss auch nicht unbedingt eine Figur sein. Es kann eine Institution oder irgendetwas Abstraktes sein. Also das muss jetzt nicht eine Person sein, die gegen die Figur arbeitet. Genau, das wäre eben etwas beim Inhalt. Wenn man den Inhalt analysiert und interpretiert, auf das man möglicherweise oder mit sehr großer Wahrscheinlichkeit eingeht. Vor allen Dingen, wenn in der Figurenkonstellation irgendetwas ganz Besonderes vorliegt, etwas Erwähnenswertes. Und da ist eben wichtig, dass man mit den Begriffen vertraut ist. Jetzt schauen wir uns einmal was an, was bei der Struktur von so einem epischen Text vielleicht ein bisschen schwieriger oder besonders ist. Nämlich kann es sein, dass man die Spannungskurve, den Spannungsbogen analysiert oder darauf eingeht und interpretiert. Und Spannungskurve, Spannungsbogen, das meint dasselbe. Da geht es darum, wie steigt und fällt die Spannung in diesem Text. Und das kann sein, dass es eben als Ganzes betrachtet wird. Dass man sagt, die Spannungskurve entwickelt sich so und dann geht es so weiter und dann sinkt sie. Es kann aber auch sein, dass es wie so ein Zickzack verläuft. Also da muss man wirklich ganz konkret darauf eingehen und zum Beispiel gibt es Höhepunkte oder Wendepunkte in diesem Spannungsbogen. Und ja, möglicherweise ist das etwas sehr Auffälliges in dem Text und dann ist es sehr wichtig, dass man darauf eingeht. Was den Erzähler betrifft, gibt es ein bisschen mehr zu erklären. Als allererstes sollte man sich vielleicht einfach so zum Einstieg mal die Frage stellen, wenn man den Text gelesen hat, gibt es überhaupt einen Erzähler und äußert sich dieser und wie äußert sich dieser? Es ist schon so, dass in epischen Texten, also in so narrativen Texten, dass es da immer einen Erzähler gibt. Also die Frage soll eher eine Hilfestellung sein, dass man ein bisschen reflektiert und nachdenkt, wie tritt dieser Erzähler in diesem epischen Text eigentlich auf. Genau. Und dann gibt es verschiedene Erzählperspektiven, die der Erzähler einnehmen kann. Die habt ihr sicher schon mal gehört. Auktorial, Personal, Neutrales Erzählen und die Ich-Form. Und die würde ich jetzt auch ganz gern der Reihe noch durchbesprechen, dass ihr wirklich wisst bei eurer Textinterpretation, was diese Begriffe bedeuten. Genau. Das auktoriale Erzählen, der auktoriale Erzähler ist ein allwissender Erzähler, der sozusagen eine Draufsicht auf das ganze Geschehen hat. Das sind also Erzählungen, in denen der Erzähler nicht nur das Innenleben einer Person kennt, sondern das Innenleben aller Personen. Und was auch ganz typisch für die auktoriale Erzählweise ist, dass der Erzähler in die Vergangenheit schauen kann und auch in die Zukunft, also Dinge vorwegnehmen kann. Das ist eine total beliebte Erzählform, die sehr häufig vorkommt. Und man merkt es einfach daran, dass der Erzähler so ein bisschen von oben drauf schaut. Ich habe auch schon gelesen, so eine göttliche Erzählsicht. Also der Erzähler weiß wirklich über das Innenleben aller Figuren Bescheid und kann auch von einer Person quasi zur nächsten springen und ist nicht an eine Figur gebunden. Bei der personalen Erzählform ist es so, dass der Erzähler nicht alles weiß. Also er ist nicht allwissend und schaut drauf, sondern er beschreibt das alles aus der Sicht einer oder gegebenenfalls mehrerer Figuren. Und das kann man sich jetzt in gewisser Weise so vorstellen, ja, wie wenn er nur in eine Person hineinschauen könnte, der Erzähler. Aber es geht nicht von dieser einen Person aus. Es ist nicht eine Ich-Erzählung. Er schreibt trotzdem oder der Autor, äh, nicht der Autor, sondern der Erzähler formuliert trotzdem mit er und sie. Das ist auch sehr wichtig, dass man Autor und Erzähler nicht verwechselt. Es liegt ja irgendwo auch nahe, aber das sind zwei Instanzen, die man trennen muss. Also der Autor ist nicht zwingend der Erzähler. Genau, aber der Erzähler bei der personalen Erzählform, der beschreibt das aus der Sicht einer oder möglicherweise mehrerer Personen und eben spricht sozusagen über alle mit er und sie. Genau, bei der neutralen Erzählform ist es eben so, dass, das kann man sich vorstellen wie eine Kamera ohne Ton, die quasi auf die Situation gerichtet ist und dann wird beschrieben, was dort passiert. Das ist eine Erzählform, die nicht so häufig vorkommt und, ähm, wenn sie vorkommt, dann eher selten in einem, in dem gesamten, in dem gesamten Text. Also eher kommt die vor, wenn, ähm, wenn in einem einzelnen Text Abschnitt, zum Beispiel bei einem Monolog, ähm, kann eine neutrale Erzählform vorliegen. Dann gibt's noch die Ich-Form, die ist ganz klar dadurch gekennzeichnet, dass, ähm, der Erzähler mit Ich spricht, also von sich selbst spricht, mit Ich. Und da können aber auch andere Merkmale, also von anderen Erzählperspektiven mit einfließen. Grundsätzlich ist es eben so, wie es ganz unten auf der Folie steht, dass die Erzählperspektive im Text wechseln kann. Also es ist jetzt nicht so, dass, ähm, es nur auktoriale oder nur neutrale oder personelle Erzählform sein kann. Es kann auch wechseln. Und, ähm, sollte diese Erzählform innerhalb des Textes wechseln, ist es auch sehr wichtig, dass man da in der Textinterpretation ein bisschen drauf eingeht und vielleicht auch versucht zu interpretieren, warum der, ähm, Autor hier verschiedene, ähm, Erzählformen verwendet. Denn meistens, oder man kann eigentlich davon ausgehen, dass ein Autor das mit Absicht macht und ganz bewusst so wählt. Und auch bewusst nur, zum Beispiel, die auktoriale Erzählform wählt oder nur die Personale. Und dann ist immer sehr wichtig, dass man das auch ein bisschen, ja, begründet und ein bisschen darüber nachdenkt, warum das so sein könnte. Genau. Dann schauen wir da jetzt weiter. Ähm, werden innere Vorgänge der Figur dargestellt? Genau, da gibt's die Möglichkeit des inneren Monologs. Also, der ist gekennzeichnet durch eine indirekte Rede und es wirkt so ein bisschen wie so ein Bewusstseinsstrom. Also, diese gesamten Gedanken, die die Figur hat, ähm, egal ob ausgesprochen oder nicht ausgesprochen, sind in so einem inneren Monolog, in einer indirekten Rede niedergeschrieben. Und, ähm, so werden eben die inneren Vorgänge der Figur dargestellt. Und das kann man auch auf jeden Fall, wenn es so etwas in dem Text gibt oder wenn vielleicht sogar der gesamte Text ein innerer Monolog ist, ähm, ähm, auf jeden Fall auch interpretieren und auf jeden Fall erwähnen. Die erlebte Rede gibt es auch, ähm, hier gibt's einen Personal, oder es ist sehr häufig bei einem personalen Erzähler, weil die erlebte Rede so die Distanz zwischen Erzähler und Figur aufhebt. Das heißt, ähm, es geht um die Gedanken einer Person aus dem Text, aber die scheinen nicht von der Person selbst zu kommen, sondern der Erzähler präsentiert diese. Das kommt ganz häufig in Texten vor. Das werdet ihr sicher ganz häufig wiederfinden, wenn es mit einem personalen Erzähler, wenn der Text mit einem personalen Erzähler verpasst ist. Genau. Dann kommen wir eigentlich schon zum nächsten. Das ist die Erzählzeit und die erzählte Zeit. Wenn man sich das, ähm, gut einprägt, was da was ist, dann kann eigentlich da gar kein Fehler mehr passieren und dann hat man auch keine Probleme, das Erzähltempo zu bestimmen. Die Erzählzeit, da geht es darum, wie lange braucht man, um die Geschichte zu lesen. Zum Beispiel könnte das jetzt sein, ähm, zehn Minuten oder eine Stunde. So lange, wie ich brauche, um die Geschichte ganz vom Anfang bis zum Ende durchzulesen. Und bei der erzählten Zeit geht es darum, ähm, in welchem, also von welcher Zeitspanne berichtet wird in diesem Text. Das heißt, wird hier, ähm, ein ganzes Jahrtausend, wird über ein ganzes Jahrtausend erzählt. Oder es gibt auch Texte, in denen zum Beispiel alles, was in einer einzigen Minute so ausführlich, ähm, niedergeschrieben ist, ähm, dass man vielleicht eine Stunde liest. Aber die erzählte Zeit ist nur eine Minute, wenn dann alles ganz genau beschrieben wird. Genau, und wenn man mit diesen Begriffen vertraut ist und da sicher ist, dann kann man auch ganz gutes Erzähltempo noch mit in die Textinterpretation aufnehmen. Da gibt's Zeitdeckend, Zeitdehnend und Zeitraffend. Zeitdeckend wäre, wenn die Erzählzeit und die erzählte Zeit genau gleich lang dauern. Das heißt, ich lese zehn Minuten und alles, was in dieser Geschichte passiert, ist auch innerhalb von zehn Minuten passiert. Oder, was auch sein könnte, möglich, also es ist wirklich minutiös, was auch sein könnte, wäre, dass ich genau einen Tag lese und in dieser Zeit vergeht in der Geschichte genau auch ein Tag. Genau, dann gibt's das Zeitdehnende, das wäre eben genau dieses Beispiel, dass die erzählte Zeit, also der, der, der abgebildete, der, die abgebildete Zeitspanne wäre jetzt nur eine Minute und der, oder die Autorin oder der Autor schreibt so ausführlich und beschreibt alles so genau, ähm, dass die, die Zeit, die ich lese, ähm, ja, viel länger dauert. Genau, und Zeitraffend, das wäre eben, wenn man eine Stunde liest und in dieser Zeit hat man über eine, eine ganze, ein ganzes Jahrtausend gelesen zum Beispiel. Genau, wenn man sich mit diesen Begriffen ein bisschen vertraut macht, dann ist es eigentlich sehr leicht zu verstehen, finde ich, schwierig wird es erst, wenn man das versucht zu erklären. Also, ähm, ich denke, wenn ihr euch kurz damit beschäftigt und euch da dazu Gedanken macht und vielleicht auch noch ein paar, ein paar Beispiele euch überlegt oder wenn ihr das nächste Mal etwas lest und dann vielleicht drüber nachdenkt, was ist das jetzt eigentlich für ein Erzähltempo, ähm, dann wird euch das sicher ganz, ähm, schnell ein Begriff sein. Ich hoffe, das war, ähm, einigermaßen erklärt. Wir schauen jetzt mal weiter. Ähm, es gibt nämlich noch etwas, das man, ähm, analysieren kann, wenn es um die Struktur geht und das ist, ist der Typ des Arguments, das gebracht wird. Es kann ja auch sein, dass, ähm, Argumente auch im, im Text gebracht werden und sollten sie nicht in epischen Texten vorkommen, kommen sie mit Sicherheit in anderen Texten vor. Also, brauchen kann man das bei einer, ähm, Interpretation mit Sicherheit, ähm, und da gibt es eben verschiedene Typen von Argumenten. Es kann nämlich ein Faktenargument sein, das heißt, ähm, das Argument ist durch belegbare Tatsachen gestützt. Es kann auch sein, dass ein normatives Argument gebracht wird vom Erzähler oder der Erzählerin, ähm, das dann, ähm, so, dass beim normativen Argument bestimmte Wertemaßstäbe die Grundlage sind. Das heißt, das, ähm, es geht ja weniger um Fakten, sondern mehr um, 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 um Normen. Also, zum Beispiel, ähm, es ist sehr wichtig, freundlich zu sein in der Gesellschaft, ähm, und deswegen, ähm, stützt es jetzt. Das ist die Behauptung so und so. Das ist jetzt kein, kein Faktum, aber es geht um eine Norm. Oder, ich weiß nicht, ob mir noch was Besseres einfällt, ähm, Lesen ist sehr wichtig und deswegen, ähm, muss das an die nächste Generation weitergegeben werden oder Kultur. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Fakt, aber es ist so eine gewisse Norm, die zugrunde liegt. Ähm, das Autoritätsargument, also hier geht es um Expertenmeinungen, ähm, also es gibt ja sehr unterschiedliche Orten von Experten auf ganz verschiedenen Gebieten und, ähm, das sind einfach so, so Argumente, wenn man sich auf, ja, auf Experten in diesem Bereich bezieht. Ähm, ein analogisierendes Argument kann sein, dass man sagt, ähm, ein bestimmter Sachverhalt funktioniert nur, wenn eine bestimmte Bedingung, ähm, eintritt oder vorhanden ist und das dann auf die eigene Situation umlegt. Ähm, so wie es hier geschrieben ist, ist X funktioniert nur, wenn Y der Fall ist und deshalb funktioniert A auch nur, wenn B der Fall ist. Das funktioniert vor allen Dingen dann gut, ähm, wenn die beiden Themen miteinander, ja, verwandt sind. Ein Beispiel wäre hierfür, ähm, dass das beste Drehbuch, ähm, nur dann einen wirklich guten Film ergibt, wenn alle Schauspieler sich ein bisschen zurücknehmen und konzentrieren, ähm, und genauso funktioniert es auch mit Diskussionen. Ähm, das wäre so ein analogisierendes Argument. Und dann gibt es auch noch unseriöse Argumente. Sollten die in eurem Text in irgendeiner Art und Weise vorkommen, ähm, lohnt es sich auch immer, die zu interpretieren und zu analysieren. Ähm, ähm, da geht es darum, dass die, ähm, die, ähm, die, also es kann sein, dass die Begründung, das Argument, oder das Argument an sich, sich auf das Mitleid, ähm, der Zuhörer stützt oder auf die, die Angst der Zuhörer, ähm, zum Beispiel, ähm, wenn, also, also, der Fall muss so und so eintreten, weil sie wollen ja nicht, dass ihren Kindern etwas passiert, das wäre dann, dass man mit der Angst der Zuhörer spielt, ähm, oder, ähm, er hat es ja nicht besser machen können, weil er, also, oder, der, der Politiker kann es ja nicht besser machen, weil er hat so einen stressigen Job, das wäre dann auch so ein, ein Argument, das sich auf, auf das Mitleid der Menschen versucht zu stützen. Und, ähm, ähm, wenn die Begründung einfach nur die Mehrheitsmeinung abbildet, ähm, das wäre so was, wie wenn man sagt, ähm, im Mittelalter haben sehr viele Menschen daran geglaubt, dass die Erde eine Scheibe ist und, ähm, wenn das so viele Menschen glauben, da muss ja auch was dran sein. Das wäre so eine Begründung mit Mehrheitsmeinung. Das kann man natürlich umlegen auf, auf aktuelle Themen. Genau. Also, wenn ihr solchen Argumenten begegnet, dann, ähm, solltet ihr denen zum einen kein Vertrauen schenken, andererseits solltet ihr sie analysieren und interpretieren und drittens solltet ihr vor allen Dingen nicht solche Argumente bringen, egal in welcher Textsorte, wenn ihr schreibt's. Genau. Und, ähm, zum letzten Teil schauen wir uns jetzt noch bei der Sprache an, welche Stilmittel man verwenden kann und infolgedessen auch interpretieren kann. Das ist ganz wichtig, dass man mit diesen Stilmitteln vertraut ist. Die kommen ja auch in sehr vielen Texten wieder vor. Ich glaube, wir hatten das bei der Meinungsrede auch, wenn ich mich richtig erinnere. Also, sollte so ein Stilmittel in irgendeinem Text vorkommen, ähm, ist es sehr wichtig, dass ihr das erkennt, dass ihr damit vertraut seid und, was natürlich auch toll ist, wenn ihr die beherrscht, dass ihr die in eure Texte einbaut. Also, es sollte, und das haben wir auch schon in ein paar Videos gesagt, nicht so sein, dass ihr total viele einbaut und vielleicht damit übertreibt, aber so hin und wieder, ein Stilmittel kann einen Text sehr aufwerten. Genau, und jetzt schauen wir sie einfach der Reihe nach durch. Ich habe jetzt mal so die, die meiner Meinung nach wichtigsten herausgenommen, aber es gibt auch noch darüber hinaus total viele, die interessant sind und die man auch gut erklären hätte können. Ich habe mich auch mal auf ein paar beschränkt. Die Alliteration, ähm, das, ähm, da geht es darum, dass man Begriffe aneinander reiht, die denselben Anfangslaut haben. Zum Beispiel ist das bei Kunst und Krempel oder es gibt ja auch diesen, ich glaube, das ist ein Werbeslogan, ganz ein berühmter gewesen, Milch macht müde Männer munter und so etwas, ähm, bleibt dann auch irgendwie, ja, im Kopf. Und, ähm, ja, wertet den Text auch auf und wenn ihr den Text interpretiert, dann könnt ihr auch davon ausgehen, dass, ähm, die Autorin oder der Autor das ganz bewusst so, ähm, gewählt hat und sich da etwas dabei gedacht hat. Die Anafa, da geht es darum, dass, ähm, Satz- oder Versanfang oder am Anfang von Satzteilen eine Wortwiederholung basiert, eben zum Beispiel, wie ihr es auf der Folie seht, Geld ist nicht alles, Geld alleine macht nicht glücklich. Wir hatten das, glaube ich, beim Kommentar auch, wenn ich mich richtig erinnere, bei dem Beispiel, das ich damals gebracht habe, da, ähm, war auch immer wieder, ähm, das erste Wort, dasselbe und das kann, wenn man das gezielt bewusst einsetzt, wirklich den Text toll aufwerten und, ähm, wenn ein, ein Autor oder eine Autorin das im Text einbaut, dann macht er oder sie das auch wirklich ganz bewusst und da sollte man auf jeden Fall drauf eingehen. Die Hyperbel ist eine, eine Übertreibung, zum Beispiel, wenn man schreibt, das, ähm, ist schon tausendmal passiert oder ich habe dir das schon tausendmal gesagt, dann kann man davon ausgehen, dass es eine Übertreibung ist und, ähm, das kann bewusst auch, bewusst eingesetzt auch, ähm, ganz gut wirken und im Gegenzug in der Interpretation, ähm, kann man hier auch die, die Intention des Autors, der Autorin ganz gut herauslesen. Es geht um Verstärkung von irgendeinem Argument oder irgendeiner Tatsache. Die Ironie, ähm, genau, die Ironie kennt man eigentlich eh, das ist die, also die Aussage soll etwas anderes beziehungsweise eigentlich das Gegenteil von dem, was man schreibt oder sagt, ausdrücken. Ähm, im geschriebenen Kontext immer ein bisschen schwierig, dass man es auch wirklich, ähm, herausliest, ähm, vielleicht kommt es auch ein bisschen auf den Text an, ähm, solltet die Ironie im Text bemerken oder möglicherweise vermuten, solltet ihr es in der Textinterpretation auf jeden Fall auch mit hineinnehmen und, ähm, auch dementsprechend interpretieren, warum man, warum der Autor oder die Autorin hier Ironie verwendet. Dann haben wir den Klimax, also da geht es um die Steigerung vom Schwächsten zum Stärksten, ähm, ähm, das wäre jetzt, wenn man im Text schreiben würde, die Erde, unser Sonnensystem, die gesamte Galaxie, das ist dann eben auch so eine, eine Steigerung und, ähm, ja, das kann man dann auch dementsprechend interpretieren. Dann gibt es noch die Metapher, die ist uns eigentlich allen eh bekannt, da geht es um die Verbildlichung von Sachverhalten, ein Wink mit dem Zaunpfahl wäre so eine Metapher, da winkt ja nicht wirklich jemand mit dem Zaunpfahl und, ähm, das machen viele vielleicht auch unbewusst, dass sie Metaphern verwenden, ähm, aber ich denke, ein Autor oder eine Torin kann so eine Metapher auch ganz bewusst, ähm, einstreuen und damit auch noch einmal zusätzlich etwas sagen. Die Personifikation, da geht es um die Vermenschlichung einer Sache, zum Beispiel die Zeitrennt wäre jetzt dann so ein Beispiel dafür und, ähm, das kann auch eine sehr gute Grundlage für eine Interpretation sein. Das Symbol, da geht es darum, dass ein abstrakter Begriff als konkretes Bild dargestellt wird, zum Beispiel das Herz für die Liebe oder eine Taube für den Frieden oder so, ähm, und so ein Symbol bietet sehr viel Spielraum für Interpretationen. Wenn man ein paar Symbole kennt und das sind geläufige Symbole, dann, ja, können sich da total viele Interpretationen in dem Text ergeben. Dann, ähm, der Neologismus, also eine Wortneuschöpfung, das ist gar nicht so einfach, weil, ähm, ähm, gewisse Worte, die irgendwann neu entstanden sind, sicher auch etablieren und dann irgendwann keine Wortneuschöpfung, ähm, mehr sind. Da muss man, glaube ich, ein bisschen, ja, also es muss sich möglicherweise um eine absolute Wortneuschöpfung, ähm, handeln, die man noch nie so gehört hat oder vielleicht, dass die Autorin oder der Autor hinschreibt, dass jetzt ein neuer Begriff eingeführt wird in Ermangelung, ähm, eines Besseren oder so. Also, sollte man einen Neologismus vermuten und erkennen, ist das sehr toll, wenn man, ähm, auf diese Tatsache oder auf diesen Umstand eingeht, ähm, finde ich aber sehr schwierig, weil eben auch eine Wortneuschöpfung sich irgendwann etablieren kann und dann einfach, ähm, vorhanden ist. Dann habe ich noch die Onomatopoesie, die Lautmalerei, das wäre jetzt zum Beispiel, wenn man in einem Text schreibt, sowas wie Miau, Miau, ähm, dann wäre das Lautmalerei und dann hätte man eine Onomatopoesie, ähm, genau, weil das Geräusch, so wie es klingt, äh, hingeschrieben wird. Dann haben wir noch das Oxymoron, ähm, das finde ich auch sehr interessant, da handelt es sich um, das handelt sich um die Kombination aus sich widersprechenden Begriffen, zum Beispiel ein offenes Geheimnis. Das kann man auch sehr gut, ähm, interpretieren. Genau. Jetzt, ähm, habe ich noch eine letzte Folie für euch, ähm, da geht es jetzt um die, um die nächsten Videos. Wir haben jetzt einmal so ganz grundsätzliche Begriffe besprochen oder wiederholt vielleicht für euch, ähm, die wir dann bei der Textinterpretation wirklich brauchen. Ähm, nächste Woche schauen wir uns an die Textinterpretation eines epischen Textes die Angabe und die Operatoren. Das heißt, wir besprechen wieder, ähm, wie schreibt man denn so eine Textinterpretation, was ist wichtig, was muss beachtet werden, worauf muss man schauen, wie geht man vor, ähm, das besprechen wir alles ganz in Ruhe durch. Und dann die Woche drauf, übernächste Woche geht es, ähm, dann noch einmal um die Textinterpretation eines epischen Textes und da besprechen wir dann einen geschriebenen Text, einen Schülertext von der Madura. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, welche ich da ausgewählt habe, ähm, aber das werde ich euch auf jeden Fall im nächsten Video sagen. Und dann sollte die Textinterpretation eines epischen Textes kein Problem mehr darstellen. Wenn euch das Thema sehr beschäftigt und wenn ihr irgendetwas Bestimmtes noch besprochen haben möchtet, wenn euch da jetzt irgendetwas ganz offensichtlich fehlt oder so, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ansonsten, ähm, ja, bis zum nächsten Video nächste Woche.